hey liebe freunde was geht ab und willkommen zu einer folge roblox heute ist wieder roblox auf meinem kanal janik roblox339 und zwar habe ich ja das letzte video reaktion auf montana black man hörte ihn ganz leise ja das tut mir leid habe ich auch noch mal in die beschreibung geschrieben in video beschreibung und das irgendwie ja man ja immer wenn ich irgendwie geatmet haben oder so hat man es gehört das probiere ich mal zu vermeiden ich glaube gerade bei reaktionen video oder so konnte ich habe ja auch in einem video gesagt was ich ja auch wieder nicht oder habe ich rausgebracht doch zwar die erste reaktion habe ich ja gesagt dass ich einen neuen rekord aufgestellt also schaut euch das mal an wie viel geld ich habe und so 85 täten danke dafür schon wieder das jahr abdates und jedes mal ich bin ja auch los ich bin ja auch in dieser dimension nämlich gerade schon gewundert und wir müssen ja die zweite würde mich freuen wenn du den like da hast aber ich meinen kanal kostenlos würde mich sehr freuen und wie viel haben wir bekommen habe ich nicht gesehen aber warte wir machen jetzt mal ein b rein so haben wir jetzt man sie äh 50 100 t machen jetzt voll ungefähr 2 b brauchen wir 2 b brauchen wir let's go ja by all oha und so so let's go es ist ja komplett übertrieben ne ne gar nicht ok vielleicht ist die letzte episode vielleicht noch nicht muss mal gucken oh mein gott ist hier der wind krass 51 t haben wir wieder so ich vergesse mal wie viel warte mal machen wir mal schnell die 100 t voll 3 b 3 b 4 b ich sag mal 3 b 3 billiones und nein 2 b let's go komm 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 äh ne auch 3 b oh mein gott oh mein gott gerade so so also wie viel kostet der 750 t 749 t kann man äh 99 t 60 t ich hab schon gesehen und ich hab schon gesehen eine hatte auf meine reaktion hingewiesen hashtag video das ist ehre von dir tojo.de abonniert auch ihn er hat einen youtube kanal tojo.de macht er verschiedene videos ähm er hat letztens glaube ich 30 abonnenten erreicht mitten im stream herrlichen glückwunsch nochmal ähm ja also nochmal übers wochenende und morgen nachmittag also ja morgen nachmittag kann ich auch keine videos mehr machen weil ich da verreist bin habe ich euch schon gesagt glaube ich achso hab ich euch schon gesagt glaube ich und ähm ja dass ihr euch nicht wundert also das ganze wochenende nicht außer vielleicht sonntagabend so ich muss halt nochmal gucken vielleicht produziere ich jetzt ein paar videos vor die dann so nach und nach rauskommen muss ich dann nochmal auch nochmal gucken ja wahrscheinlich tue ich das ich möchte ja dass ihr schön belagert seid mit videos und dann also würde ich ernst machen ihr seid wirklich eine richtig coole ähm kleine community ähm ich freue mich für dich dass ich youtuber geworden bin das würde ich so ganz spontan nicht soll ich euch mal die geschichte erzählen also es war so ich hab ähm so getan als würde ich ein video aufnehmen von roblox mein bruder hat es mir so eingestellt äh ne wir haben so Kopfhörer genommen und so reingestöpselt in den computer und dann auf einmal kam ich so auf die idee als ich dann so eine art video gemacht habe dass ähm ich einen richtigen youtube kanal mache also wirklich ganz spontan mein bruder dachte sich nur oh mein gott was wirklich du hast du gesagt ja ich ähm und dann dann habe ich angefangen mit youtube also das war dann habe ich dieses video was ich denn gemacht habe so getan hatte ich dann eigentlich auch rausgebracht aber das hat sich dann nicht geschnitten und ähm deswegen musste ich ähm nochmal neu das machen oder sozusagen das neu machen privat stellen und das war ja echt traurig aber ich habe es halt geschnitten aber auf einmal hat es sich halt nicht gespeichert und so es ist so komisch gewesen naja man kann da nichts anderes machen jetzt ich habe jetzt einen youtube kanal was mich ey ich glaube immer einen zweiten channel was mich wirklich sehr freut Grüße gehen dann auf jeden Fall raus an TojoD ähm der wie gesagt auch einen youtube kanal hat und ja abonniert ihn gerne mal würde er sich wahrscheinlich auch sehr freuen und und jetzt haben wir wieder voll 85 also eigentlich EIGENTLY also ich würde noch nicht aufsparen warte mal kurz schaut euch eigentlich auch gerne das video mit montana black an reaktion auch wenn das scheiß geworden ist das ist ja egal hauptsache ihr habt was ihr müsst auch nichts hören oder so hauptsache ihr könnt passieren oder so ich habe ja auch gesprochen da habe ich auch immer gesagt was passiert ist also oft nicht immer aber auch nicht immer aber auch okay ich muss heute auch noch zum training deswegen kann ich nicht die ganze zeit den kann ich nicht äh ja doch endlich die ganze zeit nicht videos machen weil ähm oh my god ja wie gesagt ich bin ja beim training mit TojoD er macht ja auch NBA videos und so ich glaube wir holen uns mal kurz 25.000 Gems äh hey wie äh ich krieg nur 7 hä das war ja was verpackt oder wahrscheinlich 700 oder hä äh ist ja voll langsam ist ja auch voll doof so im letzten video also was denn nicht äh aufgenommen also ich hatte aufgenommen aber wenn ich keinen Ton hatte komm wenn ich 1 B jetzt im Rucksack mache bin ich geisteskrank was tue ich jetzt 3 klicks oder so ja 3 klicks und ich habe 1 B ok das ist die Batterie so let's go wie viel passt 500 T jetzt wird es ekelhaft warte ey wollen wir mal probieren den ganz voll zu machen in den Rucksack Kapper wenn ich das tue bin ich geisteskrank hehehe oh mein Gott ne dafür würde ich so lange brauchen wie das ganze Speedrun Video als es durchgespielt haben mit Mino und ich also das ist so ja ja wir haben da irgendwie 2 Stunden aufgenommen oder so also die beiden unmöglichen Level haben wir äh gekauft weil da wirklich da können wir nichts machen ähm aber wirklich das einzige Level das war ja dieses Level 13 Matrix und Level 29 dieser Bauarbeit da haben wir wirklich mindestens ähm also äh Level 16 des Matrix äh Matrix haben wir 13 Minuten drangesessen und ähm in diesem Bauarbeiter äh Level haben wir halbe Stunde drangesessen ok und ich hab das Bauarbeiter Level abgeschlossen ey das war so first try glaub ich herr mit Cosmino gefreut darf ich also ja hab's getan also da war es so das war sehr sehr ein cooles Ergebnis weil ich das first try geschafft habe glaub ich weiß also ja also wie findet ihr diesen Simulator also und ich schreib mir dann in die Kommentare ob ich noch mehr Videos davon machen soll soll ich ihn durchspielen das wär krass schreib mir dann will ich in die Kommentare äh soll ich ihn durchspielen weil ähm weiß ich ah ok ok ich kann ihn weiter spielen ähm weiterhin spielen oh mein Gott hä hä ok Freunde wir sehen uns wenn wir wieder äh 50 Bühnen Rucksack haben bis gleich ok Freunde ich hab gerade gesehen das dauert doch viel zu lange ich glaube es ging gerade so schnell weil ich einfach darüber darüber sozusagen nicht nachgedacht habe weil ich die ganze Zeit gequatscht habe aber jetzt merkt man richtig es dauert zu lange also ich kann ja weiterhin hauen aber das dauert wirklich 50 T in den Rucksack äh B in den Rucksack also das ist also das ist ne Nummer zu hart ja eh hört wahrscheinlich noch ich weiß für mich noch ich weiß für mich noch ich weiß für mich noch komm 30 B das halt ich hinkriegen komm und 30 B 150 D ok ok ähm irgendwas muss ich ja noch machen damit ich mehr kriege warte ein klick und ich kriege 2 T oh mein Gott alter das ist ja oh mein Gott das ist ja oh mein Gott naja ich schau mal ob ich mir noch irgendwie Pets kaufen kann oder so steh jetzt auf aber nicht gewitter am Kopf als ganz ehrlich keine Werbung oder so dafür sondern wirklich ehren Leute vor allem Jan da gibt es halt wirklich sein Bestes ich wünsche mir mindestens das Reindeer bitte 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 Polarbeer Polarbeer das ist das Schlechteste ich wusste es nein 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 Pets oh eeeeee pfff der ist gut sollte ich sagen das ist gut also so krass ist es nun auch hier nicht wie ich tue aber doch der ist echt gut warum habe ich gerade gesagt doch er ist nicht so gut wie ich tue aber er ist gut er ist so gut wie ich gerade tue ich bin so los soll doch mal Hashtag los in die Kommentare dreifach spammen ihr könnt ruhig spammen so dürfte ich spammen so so ee hm 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 oh 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 mein Gott es ist so es ist ein war 300.000 con also 300 nee 22.000 eee ja doch 222.000 und ihr wisst ganz schwer 222.000 oder? Hä? Bin ich gerade los? Nein. 322.000 Hier baue ich einfach 2 Millionen 149 Millionen 034 B 099 B 034 B und hier 749 T Das ist voll der krasse Sprung. Finde ich voll dumm. Oh mein Gott. Ich möchte wenigstens nach Ziele so lang machen, bis es bis ich den Rang habe. Juhu, juhu, juhu. Also das ist Warte mal. Übrigens, ich habe einfach was ich richtig krass finde. Zwei Computer für YouTuber. Und so einen richtigen Gamerstuhl wie zum Beispiel Landy Brolsters, äh Lukas Brolsters. habe ich aber ein grau-schwarz. Riemen bald noch einen, einen rot-schwarzen. Und da sitze ich auch gerade drauf, ne? Das ist cool. Ich sage mal ein bisschen Vorrat noch kurz. Eigentlich würde ich das sogar auf den Rang sparen. Das bringt ja nichts, wenn da mein ganzes Geld weg ist und, ähm, ich ja nur etwas mehr Stärke sammle. Das bringt nichts. Wenn wir schon mal 50T vollmal, 50B vollmachen. Dann habe ich das direkt. Ja. Also Ich finde dieses Event, also dieser, ähm Wo hättest du das? Ja doch, Event. Voll krass. Schreibt es mir in die Kommentare. Wie findet ihr das? Und kommentiert diesmal mit Hashtag Ähm Hashtag Spiel Oder Hashtag Game Spiel Aber Klein Alles zusammen Geschrieben Klein So machen wir das. Hashtag Game Spiel Alles zusammen Klein Und dann mit der, ähm Spielzeit, wo ich, ähm Wo ich gerade bin Bei welcher Zeit Ähm, einmal Mit reinschreiben So, ich habe gleich die Die 30B Also Die Die, dass mich oft In den Kommentaren sehen Habe ich hier eh aus Okay, Lautstärke ist auch Das ist das Gute So, let's go, let's go Komm 30B Ich komme dir entgegen Ich habe sie Sag ich mal Oh mein Gott Es werden so wenig Jetzt nochmal so 20B Das ist ja so wenig Ja 20, okay Warte ich mache jetzt mal 10 Wie viel fehlen Das ist nicht dein Ernst Das ist nicht dein Ernst Wahrscheinlich mit einem Tee Danke Oh mein Gott Ich habe es geschafft Der nächste Rang ist am Start Freunde Ich weiß gar nicht wie glücklich ich bin Oh mein Gott Oh mein Gott Wir haben es geschafft Damit würde ich sagen Das war es mit dieser Episode Ich hoffe euch hat sie gefallen Lasst unbedingt ein Like da Wir sehen uns in der nächsten Episode Ciao Und bis zum nächsten Mal Ciao